Ein branchenführender Podcast-Hoster hat wieder ein sehr cooles Tool rausgebracht, um es Podcastern zu erleichtern, ihre eigenen Episoden so gut wie möglich zu präsentieren und auch die Titel zu bearbeiten oder auch Beschreibungen und Co. Um was es sich handelt, erfahrt ihr jetzt gleich nach dem Intro. Hi, Michel. Hi, Gio. Voller Elan starten wir diesen wunderschönen Dienstag. Ja, schon wieder mal Dienstag. Obwohl, ja, crazy, wie viele Diensttage wir immer haben. Crazy. Und wir haben jetzt Mitte Juni, ich glaube, das ist der 20., wenn diese Episode erscheint. Und man muss auch sagen, wir stehen mitten im Sommer und mit dem Sommer kommen auch wieder tolle News über neue Tools und wir sind hier für euch da, um, ja, euch abzudaten. Und heute geht es um einen richtig, richtig coolen Tool. Michel, worum geht es in der heutigen Episode? Es geht heute um Buzzsprout Co-Host AI. Diese AI hilft dir als Podcaster, wenn du natürlich Buzzsprout als Hoster hast, hilft dir dabei, den perfekten Titel, die perfekte Beschreibung und halt alles so perfekt zu präsentieren wie möglich für deinen Podcast, damit du so gut wie möglich gefunden wirst und halt, ja, deinen Podcast vermarkten kannst. Das heißt, wir bekommen die Möglichkeit, viel, viel effektiver zu arbeiten und dadurch noch die Unterstützung einer künstlichen Intelligenz, Artificial Intelligence AI und erleichtert uns im Endeffekt die Arbeit. Richtig. Mega cool. Wie funktioniert das, lieber Gio, wenn man zum Beispiel Buzzsprout als Hoster hat? Das ist eine wirklich wunderschöne Frage. Ich bin ja selber nicht bei Buzzsprout. Ich glaube, das kannst du viel, viel besser sagen. Wir sind beide nicht bei Buzzsprout, denn wir sind bei einem deutschen Podcast-Hosting-Plattform. Richtig. Nein, ich habe mich da ein bisschen mehr informiert anscheinend. Es ist sogar ziemlich sehr cool. Du brauchst original die Episode nur hochladen, die du aufgenommen hattest und die KI liefert dir eigentlich schon überall die ersten zehn Ergebnisse, was sie schon weiß von dieser Episode, weil du ladest sie hoch, sie hört es sich in zigfacher Geschwindigkeit vor dir an. Was wir gewohnt sind von künstlichen Intelligenzen. Richtig. Und sie erstellt dir schon ein Transkript, ergibt dir schon einen passenden Titel dazu, eine passende Beschreibung und Co. Und das ist wild. Das heißt, wir können hier zusammenfassen, wenn du bei Buzzsprout bist, dann wird dir quasi die restliche Arbeit abgenommen. So ist es. Also du hast die Möglichkeit, dass du dann unter den zehn wählst oder halt neue Titel und Beschreibungen generieren lässt oder natürlich, dass du dich einfach nur inspirieren lässt von der KI und halt die jeweiligen Titel und Beschreibungen noch anpasst, so damit es genau zu dir passt. Aber so 95 Prozent aller Arbeit nimmt dir schon die AI ab. Ich habe hier zusammengefasst einen Satz, den ich unbedingt hier nennen möchte. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit fortschrittlicher KI-Plattform spart Co-Host AI, Podcastern die Zeit und verbessert gleichzeitig ihre Episoden mit Podcasting 2.0-Funktionen wie Transkripten und Kapitelmarkierungen. Und das ist natürlich schon mega cool. Wir kommen jetzt auf einem ganz anderen Level des Podcasting. Früher, sage ich mal, und ich glaube, wir machen das beide noch ähnlich, wir haben ja nicht diese Plattform, die uns das abnimmt, sondern wir müssen uns noch eigene Gedanken machen. Vielleicht benutzt man mal Chat, Chibiti und Co., um sich da inspirieren zu lassen. Aber man muss sagen, wir sind trotzdem noch bei Podcast 1.0. Und wenn jetzt diese Plattform Schule macht und auch quasi podcaster.de, Let's Cast und Co. davon erfahren und diese Funktion abgreifen, dann wird das natürlich für die Zukunft sehr einfach für uns, sage ich mal, die ganzen Titeln, Beschreibungen und Co. zu übernehmen, einfach selbst gar nichts zu machen, sondern einfach die KI sagen, hey, hilf mir mal, du hast es dir angehört, sag mir, wie könnte jetzt ein geeignetes Titel sein, ein geeigneter Titel sein. Also mega cool. Ja, es ist mega cool. Es ist aber auch sehr creepy und irgendwie doch traurig, dass... Das ist mega cool. Nice.